Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Odyssey. Jo, wir wollen dort zu der Burg. Und im Übrigen schön, dass ihr eingeschaltet habt, das ist natürlich das Wichtigste. Wir wollen darüber zu dieser Burg. Festung, ja, keine Ahnung, Fabrik. Da wollen wir hin, da gehen wir hin. Es wird, glaube ich, ja, schon sehr viel los sein dort. Und ich bin mir sicher, dass wir auch dort wieder nicht willkommen sind. Aber was willst du machen? Drei Befehlzauber. Kriegsvorrätig. Und das möchte ich lieber nicht sehen. Heute nicht, du Boch. Verschwinde von hier. Okay. Da ist schon mal der erste runtergefallen. So. Oh, da ist ein Befehlshaber. Noch ein Schätzchen. Noch ein Gefangener. Okay. Das größte Problem sind die, die da oben rumstehen. Oh, da ist es ein Schatz. Oh, da ist es so. Oh, da ist es so. Oh, da ist es so. Das sind viele. Aber vielleicht besser so, als wenn wir hier jetzt wirklich so lange rumschleichen. Ah. Der muss ja sein Job liegen. Der hilft sogar den Soldaten. Weg mit dir Schweinebacke. Aber was mach ich denn da? Wo ist denn das? Hä? 29er. Auch wenn der jetzt so gar nicht reinpasst. Ah. und die andere 32 32 33 33 34 34 35 35 37 37 38 38 39 39 39 40 40 40 40 40 40 41 41 42 42 43 43 46 47 47 Einfestung auch gemacht. Irgendwas? Mir kam jedenfalls niemand vorbei. Weitermachen und bleib wachsam. Wir finden jedes Versteck. Ich habe das Gefühl, er ist noch hier. Warum kämpfen die nicht gegenseitig? Okay. Also ohne diese Kopfgeldjäger wäre es ja halb so wild. Aber mit diese Viecher kannst du es vergessen. Ich weiß, wo du dich versteckst. So kann man die auch herlocken. Sohn Ketur. Sohn Ketur. Komm, zeig mir, dass du das Schwein kriegst. Wer ist der? Das ist meine Schuld. Jetzt kommen alle drei her, ne? Doch nicht. Dieser scheiß Zaun, ne? Warum kommt der denn nicht hier rüber, der Pisser? Das ist meine Schuld. Äh, warum? Ich glaube, ich gehe kämpfen. Ich gehe einfach kämpfen jetzt. Ich gehe einfach, ich gehe einfach, ich gehe einfach. Ich gehe einfach, ich gehe einfach, ich gehe einfach. Ich gehe einfach, ich gehe einfach, ich gehe einfach. Ich gehe einfach, ich gehe einfach, ich gehe einfach. Ich gehe einfach, ich gehe einfach. Ich gehe einfach, ich gehe einfach, ich gehe einfach. Aber warum denn den? Ja. Ich gehe einfach, ich gehe einfach, ich gehe einfach. Ich muss kurz zahlen, sonst kommt der zweite auch noch. Ich gehe einfach, ich gehe einfach, ich gehe einfach. Ich gehe einfach, ich gehe einfach, ich gehe einfach. Ich gehe einfach, ich gehe einfach, ich gehe einfach. Ich gehe einfach, ich gehe einfach, ich gehe einfach. Ich gehe einfach, ich gehe einfach, ich gehe einfach. Ich gehe einfach, ich gehe einfach, ich gehe einfach. Alter, ich muss das wieder zahlen. Stirb. So, jetzt zu dir, du Schweinebacke. Wo ist denn der, der den beauftragt hat? Schöner, weißer, paarischer Marmor. Mir fehlt das spartanische Rot. Gut. Das war doch mal eine Schlacht. Weg mit dir. Da war es noch eine Kiste. Da und da. Da ist noch ein Schatz. Da oben auch noch. Und ein Gefangener fehlt mir noch. Achso, ja, die da oben bestimmt. Erstmal alles einsammeln. So, wo waren die noch welche? Wie viele noch? Und ein Schatz. Also alles weitere da oben, ne? Wo bist du da? Danke. Den Göttern werden deine Taten gefallen. Oh, Tugman! Gehen wir das Möger, das ist ein Schalt. Okay. Du bist ein Täter, was du mit dir verletzt hast. Okay. Du bist ein Täter, was du mit dir verletzt hast. Der Hund, mein Freund. Ich wusste, sie würde mich nicht aufgeben. Schnell! Verschwinden wir! com Oh! Oh, Kuestas! Oh, Kuestas! Komm, Martin! Hab Dank, Söldner. Ich hoffe, Phönix wird dich reich entlohnen. Erinnere sie für mich daran. Etwas stimmt nicht mit Paros. Mehr als sonst. Es liegt etwas in der Luft. Sag mir, was du gesehen hast. Was hast du gesehen? Da waren Fremde, die nicht von Paros stammen. Einer war maskiert. Und etwas habe ich noch nie gesehen. Mit Maske? Ich weiß nicht, wer er war. Zeit von dieser Insel zu verschwinden. Ich kenne den Weg zurück. Du solltest Phönix' Bericht erstatten. Das werde ich sofort tun. Auf geht's. So, wie war? Da ist er. Jawohl, das ist die Dicke. Hoffe ich. Und der immer noch ein Hühnchen zu rupfen. Und der immer noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich liebe sie jetzt schon. Schneide ich dir den Bart ab, mein Freund? Komm, stock nochmal. So, ich hätte eigentlich gewünscht, dass das die alte da ist, die davor ja einmal war. Ja. Ja, und noch was? Da. Ein neuer Bogen. Unsere Armschienen sind trotzdem stärker. Oh. Okay, der ist ja okay. Dann könnten wir eventuell auch einen neuen Dings nehmen. Unsere Schuhe sind stärker. So, Söldner. Was haben wir da? Da sind wir. Gut. 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 Alles klärchen. Haben wir erledigt. Neuer Outfit haben wir. Gut. Dann können wir die Folge einmal beenden. Kurz gucken, wo geht's für uns weiter. Ah, da drüben geht's für uns weiter. Verfolgen. Alles klärchen. Dann werden wir in der nächsten Folge darüber gehen. Ich zahle nochmal kurz das Söldnergeld hier. Darüber gehen und da geht's scheinbar dann weiter. Freunde, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da. Passt auf, wenn ihr Bock habt. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.